Warum genau sind wir jetzt in dieses Tal gefahren? Das war online super gut bewertet hier, der Ort. Okay, und was stand da? Das ist das Tal der Zauberer. Das was? Ha? Äh, Isengard. Was, Gisela? Nicht Isengard. Ist das schon wieder irgendwas aus deinem Herr der Steine? Ringe! Maria, Ringe! Ja, ist es! Ja, das auch immer. Es ist ein Herr der Ringe-Drehort und ich habe ein Recht, hier hinzufahren. Wir sind sechs Stunden Umweg gefahren. Tja, das ist das halt. Du läufst jetzt nach Hause. Ja, gut. Es sind 200 Kilometer. Ja, kriegst du hin. Erwartet mein Kommen am ersten Licht des fünften Tages. Schaut nach Osten. Freak. Isengard!